Hören Sie Ihre bei einem Tolino Buchhandelspartner gekauften Hörbücher auf ausgewählten Tolino E-Readern über Bluetooth-Kopfhörer oder Lautsprecher. Öffnen Sie das von Ihnen gekaufte Hörbuch unter Meine Bücher durch einen Fingertipp auf das jeweilige Cover. Stellen Sie zunächst eine Verbindung zu Ihrem Bluetooth-Kopfhörer oder Lautsprecher durch Tippen auf die rechte untere Bildschirmecke her. Tippen Sie nun auf den Namen Ihres Bluetooth-Geräts. Nach dem erfolgreichen Verbinden wird unter dem Namen Ihres Bluetooth-Geräts nun der Status Verbunden angezeigt. Sie können nun mit der Wiedergabe Ihres Hörbuchs beginnen. Um Ihr Hörbuch zu beginnen oder zu unterbrechen, tippen Sie auf das Wiedergabe- oder Pausesymbol. Um die Lautstärke anzupassen, tippen Sie auf das Lautsprechersymbol am rechten oberen Bildschirmrand. Bewegen Sie den Lautsprecherregler nach rechts, um die Lautstärke zu erhöhen bzw. nach links, um diese zu reduzieren. Sie können in Ihrem Hörbuch jeweils 30 Sekunden vor- oder zurückspulen. Nutzen Sie hierzu die Schaltflächen in der Bildschirmmitte. Wenn Sie ein komplettes Kapitel eines Hörbuchs überfliegen möchten, ziehen Sie den Regler in der Zeitleiste nach links oder rechts. So durchsuchen Sie das Inhaltsverzeichnis Ihres Hörbuchs. Tippen Sie auf das Inhaltsverzeichnis-Symbol, wählen Sie das Kapitel aus, das Sie anhören möchten. Wussten Sie, dass Sie auch die Abspielgeschwindigkeit Ihrer Hörbuchwiedergabe anpassen können? Über das Symbol oben rechts haben Sie die Möglichkeit, die Abspielgeschwindigkeit zu verringern oder zu erhöhen. Natürlich stehen Ihnen die Hörbücher auch in der Tolino-App und im Tolino Webreader zur Verfügung. Somit können Sie Ihr Hörbuch auch dann genießen, wenn Sie Ihren Tolino E-Reader einmal nicht griffbereit haben.